hey leute herzlich willkommen zur neunten folge von mechanical mastery plus ich habe zwischen den videos etwas wie die maschinen geupgradet auf die ultimate enriching maschine das ging mit den tier installern einmal habe ich hier den liter gebaut dafür habe ich das control circuit bauen müssen im combiner und das gleiche mit dem ultimate habe ich auch im combiner bauen müssen dann habe ich hier die stromkabel ausgetauscht weil wir es ja die elite maschinen haben ja die alten maschinen haben brauchen die bisschen mehr strom weil das kleine kann ich ausgereicht dann habe ich weil wir ein platzproblem hatten habe ich anstatt den modell mit den modell aus deutsch zu sagen rente geschickt und habe hier das befehlens deutsch system genutzt gebaut hier kann ich 64.000 items mit einer bis bisher da gibt es auch größere speichern ja ich habe einfach mehr platz und es kann nicht bis zum anfang auch ins auto kraften gehen dafür können wir diese kraft hier bauen wenn ich kann richtig finde dafür gibt es verschiedene farben ort im richtigen bis dieser hier jetzt gehen wir diese kraft zu bauen dann kann ich im pattern terminal auch als nächstes pattern crit und die pattern brauche ich da kann ich dann drin rezepte speichern sozusagen ist durch den einfach anklicken zu und ich alle rezepte drin abfunde was ich brauche dazu dafür kraft das system wird es mich also ich brauche es immerhin gehen sagen gut ich muss es davon fünf davon drei davon zwei wie seit kreuz zum beispiel was ich mir zum polize als beispiel kann ich sagen kriegt das rezept speichern muss ich aber auch alle anderen rezepte speichern kann einfach sagen ich brauche ich brauche fünf polizei oder macht er mir fünf polizei das werde ich jetzt schauen dass wir jetzt hier ein video zusammen aufbauen ein bisschen und dann fangen wir an ich brauche auf jeden fall slime balls beziehungsweise noch was wichtig als ich brauche den photogenic den insulator auch den hier zusammen mit dem wasser und am besten dem strom dann habe ich mal momental bestimmt noch so ein stromkabel kurz und über hoch immer hier mal links autoinput das stoppt sich das wasser im quest buch wurde uns gezeigt dass wir denn das zeitlich processing brauchen können dann brauchen wir ein redstone einfach rezepte nehmen und einfach reinpacken so wie es vorher auch war und mit zwei silver blades und zwei constantan blades habe ich dann auch aus der constantan habe ich ja habe ich silber ich auch und vier und brauche zwei signalung hier und ich auch noch sehr schön habe ich noch immer ein kompakt dann mit dieser presse ja hier muss ich mal zurück mit auf die leiste packen weil ich ja das ist ein storage leer gemacht habe und da ist immer praktischer wenn das inventar einmal leer ist dass man es reinschmeißt was man behalten will so was kann ich hier den zeichnen prozessor bauen wenn ich jetzt hingehe weil ich brauche string kann ich jetzt hier von firmen mal gucken welches ist das richtige richtiges ziel ist überhaupt das ist netz es müsste dieser sein genau jetzt ein sieht mehr ich bin jetzt hier allein reinpacken zu dann geht es ganz ganz langsam das beschleunigen wir ein bisschen können wir auch noch hier so ein harten upgrade kippen reinnehmen ihr seht ist der flag sieht hier drin geblieben ich müsste jetzt per transport wieder transportieren im endeffekt da kommt das cycling processing unit das upgrade zum einsatz kann jetzt hingehen und reinpacken wie ihr seht bleibt der sieht hier drunter das können wir auf jeden fall ein trauma wir können wir schauen normal auto select was mit ich will das mit j2 weil das suchte wenn ich irgendwas eingeht sucht dass hier im j im punkt gleich mit ich möchte ein 1 x 2 weil ich den jetzt hier oben drauf setzen kann kann ja einstellen output auto output eine bottle reinpacken was hat er das eingepackt das kann ich hier das konfiguration zu nehmen und auf locking ist gelockt wenn ich jetzt hier alles rausnehmen bleibt das lot im endeffekt gespeichert so dass da nichts anderes reingehen kann so was schauen wie wir am besten spring rausbekommen zendlich viel gas separator oder ja oder doch jetzt kommen wir machen das auch nicht das auch nicht oder wir machen es einfach wie gewohnt mit dem rezept oder bauern nämlich so konstant an erbauen da müsst ihr dann kap machen weil das auto dauert wenn man es einfach so jetzt brauche ich slime balls damit diese hier könnten wir auch mit dem rezept man effekt machen mit green day und weiter aber für das rezept können wir ebenfalls diese pink slimes nehmen was wir oben produzieren nehmen wir jetzt in einem tank wir haben da oben glaube ich ein stemm stehen mal schauen was wir alles drin haben wir sind ja auch schon fast voll der ist auf jeden fall voll immer damit aber diesen die solution tempo so sollte man gelassen dann den bucket reinpacken wir brauchen flot input haben wir auf pull und dass ich den pink slimes selber wir werden jetzt mal schauen wir brauchen zehn mal er gibt drei buckets also wenn wir es 9 wenn wir es das ding voll machen haben wir 8 buckets dann macht schalten wir nicht jetzt die pull funktion hier oben aus und nehmen noch mal ein bucket raus können wir jetzt mit effekt haben das 9000 millibuggets und brauchen 300 können wir jetzt 30 mal herstellen brauchen wir 30 mal glass pane einschleunigen ein bisschen wir haben jetzt gerade eben nix nach großartig gemacht wir haben schon wieder 39 von diesen flachs dingern haben wir schon wieder 39 strings so jetzt können wir nicht hier weiter machen mit dem prozessor bindings normal stack herstellen kann weg das kann weg so dann schauen wir nach einem pattern krit wir brauchen hier einen raw prozessor manchmal zwölf und ich kann mal alle raws machen wieder abspeichern ein fehler müssen dieses auto select rausnehmen weil das hat gefällt so von dem machen wir auch mal welche wir auch mal zwölf ok es hilft mir silikon silikon bekommen wir in dem wird quaz durch eine smelter schießen wie ihr seht die ultimate die basic hat drei ich habe keine andere grad da so basic ultimate nächste schufahrt fünf die elite hat sieben und die alte meter der neuen slots wo es gleichzeitig arbeiten kann so wir waren hier dem jetzt bei ihnen braucht es halt auch mehr strom ach da habe ich ja schon welche gab es mal 16 aus jetzt stimmen wir brauchen davon eh genügend und es wird hier oben durch das interface ins system transportiert jetzt können wir das pattern anschauen wir brauchen pattern auch ein normales crit brauchen wir dann brauchen wir ein construction ein bisschen klar das haben wir haben das krit fertig und jetzt können wir das pattern group bauen dann krieg ich immer gerne daneben jetzt brauchen wir gleich mal ein paar pattern okay es hat kein glas mehr aber auch kein problem ich kann das hingehen und ich mir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 habt ihr hier rein ich glaube das bisschen was das spieler geht noch eine stufe das prinzip noch mal reinpacken das sand maschinen sind zwar schon voll abgegratet aber so jetzt noch ein tic schneller und strom habe ich aktuell ich habe ihr das auch noch aufgebaut hier geht automatisch übernacht rein hier wird redstone genommen wird umgewandelt in das so sehr mit hier habe ich kohle und umgekehrt zu kohlen als mehr rauskommt hier habe ich den plastik aus wasser eis zum eis war ich dann packt eis und außen packt eis wird bleibt intern das rezept ausgabe bleibt intern wird dann bluweis gemacht das bluweis geht dann hier diese pipe hier rein dem reaktor der reaktor ist die stufe davor ihr seht er läuft gerade braucht aber auch grund ordentlich strom ach so war die vierte dienst gerade laufen tut er ist gerade ausgeschalten im endeffekt er generiert gerade keinen strom möchte ich jetzt hier aufmachen zu müsste eigentlich müsste anspringen wieder auf jeden fall er produziert strom dementsprechend hier haben wir uns batterie speicher da habe ich gerade keine maschine die wirklich unter 1000 strom braucht oder so so wie wollen wir den pattern herstellen wieder abzeichen ist hergestellt kann die reinpacken am besten ist es wenn du immer gleich ein rezept fürs pattern herstellen tut ein rezept für den kraft dann ein rezept für den construction chor hier haben wir ja kein normales kraft und rezept sondern ein prozess von der maschine dass wir hier auf processing kann ich gleich dass das rezept damit zunehmen dann können wir hier das rohren steine gemacht mit schiff kann dann auch die eikens zimmer ist so ein rezept das ist nicht schiff drücke jetzt hier auf gut drückt dann sehe ich was ich damit machen kann oder im prozess kann mich besser wieder herstellen und kann hier immer so soll ich diese drei sachen zusammen jetzt waren wir dann kraft dass man oder den destruction chor noch machen kraft und dann können wir hier das noch machen in rich quarts bekommen mit drei eisen und einem quarts jetzt brauchen wir natürlich auch noch ein kraft oder uns das ganz zurückbauen können also müssen wir den ersten mal mit handbauen wir haben die basics bisschen gebaut wir bauen mal zwei stück davon brauchen wir hier auch zwei maschinen casings also haben wir die zwei kraft und diesen kraft und gibt es ein motto es nennt sich extra storage damit können wir die kraft verbessern sozusagen vergrößern das machen wir auch gleich im endeffekt da kriegen wir mehr rezepte rein und sie arbeiten schneller jetzt fehlt uns die kiste aber kein problem wir können ja einfach holz nehmen ein paar mehr so sagen wir ein eigen kraft und den eisen kraft normalen mann gegen kraft eine reihe rezepte rein oder sogar zwei ich weiß gerade ich weiß ja immer aus dem 1 oder 2 ist ja man da gleich sehen nein kraft in drei rein schon mal so schauen wir können wir noch nicht die vorhör gehen da brauchen wir die neural prozessoren ist auch recht simpel zu machen machen wir einfach mal also haben wir davon zwei dann brauchen wir von diesem hier zwei zwei mein kraft und table wenn wir gleich mal auch als rezept machen auch mal hier rein in den rohr kommt auch hier rein ein kraft und teil brauchen wir als rezept und die augblanks brauchen wir natürlich als rezept dann wollten wir ein prozessor bauen zwei stück machen wir das gleiche rein so was können wir hier sehen wir brauchen blöcke auf gold vier stück jeweils dann brauchen wir acht stück ok wir nehmen erstmal noch einen dann packen wir es dann müssen wir müssen immer mit dem hier unten ist der controller das ist so sagen das gehirn von dem system und das muss später auch immer kann man dann kabel legen dass der immer verbunden ist wir sehen wir haben jetzt hier gleich wieder zwei rein mehr jetzt fangen wir das mal jetzt rein gehen wir zu wenn ich jetzt hingehen möchte und sagen würde ich möchte einen neural prozessor auf start drücken ich sehe was ich alles brauche es ist alles da dann kann ich start drücken und jetzt sind die zwei hier jetzt können wir es gleich noch dafür erweitern wenn wir noch eingebaut haben beziehungsweise ja erst mal reicht der gold iron crafter für dahinten können wir jetzt hingehen wir machen das am besten unten drunter weil ich ja hinten den strom ab welchen gehen das ist das so brauche ich leider von der mod den wrench kann ich jetzt eingehen oder add refines und den wrench brauche ich das kann ich hingehen nämlich das ding drehen so da kann ich jetzt die rezepte reinpacken das müssen natürlich einstellen auf input von unten ich kann es natürlich auch noch gleich ein rezept machen für glas weil das braucht man ja auch später glas ist nichts anderes als melting von sand ein sand zu ein glas hat er die maschine ja mehr machen kann können wir draufklicken das rezept bearbeiten wir machen wir gleich 64 sand zu 64 glas damit der prozess der ist ein jedes einzelne rezept reinpacken tut das packen wir unten rein das ist schon mal der grund von der automatisierung im endeffekt was du was man produzieren kann wir können es noch von dem mod von mit fein storage import machen aber wir haben die rezepte dinge noch gebrauchen kabel das machen wir gleich und wenn ihr schaut wenn ich jetzt hier moment warst du dann seht ihr okay ich habe diese zwei rezepte schon im auto kraften drin und ist momentan nicht da also weiß ich brauche auf jeden fall noch das kabel und das ist auch alles vorhanden im endeffekt das rezept dafür dann kann ich noch ein exporter bauen ich auch hinzufügen und einen externen storage ist dafür da dass wenn ich jetzt einen tour hat kann ich hingehen und den an dem tour platzieren und der ließ dann aus was da in dem tour drin ist sozusagen ganz einfach ich sagen okay ich brauche kabel kann ich hingehen 64 kabel start ich habe eine kabel ich gehe mir sogar noch ein bisschen was geschenkt von ein questbuch storage housing diese rezepte können wir euch auch klar hinzufügen es gibt diese ist weil ich das sind diese hier beginnt mit 1k also 1k storage disk es sind wie sie hier da kann man 1000 items daraus speichern es gibt auch noch ein anderes mutter sind sicher bleiben schicks dem spiel ich diesem let's play nicht da ist es auch so da kannst du auch im endeffekt 1k items daraus speichern aber es kann nur 63 verschiedene typen daraus sein so wenn du jetzt 63 sachen hast von jedem nur eins einziges ist diese disk sozusagen voll mit 1 du kannst keine du kannst zwar die gleichen sachen noch drauf packen aber keine anderen items mehr und dementsprechend kannst du halt in einem in einem bist dann hier nur 630 verschiedene items drauf packen und hier bei ruf ein solch ins egal da geht es nach anzahl mit nach schnitt nach tipp sondern nach anzahl wir wollen den 1k haben dann können wir das auf 4k ausweiten auf 16 k und auf 64 k das reicht mir auch erst mal weil 64 k das ist einiges geht nicht weiter mit 256.000 1,1 millionen 24.000 dann kommt vier millionen 16 millionen 16 millionen das ende weiß ich ob es da auch noch nicht weiß ob die infinity was drin ist es gab nicht noch eine infinity disk im endeffekt wir können auch das wireless kraft in angriff nehmen dass wir nicht wollen wir zum beispiel jetzt hinten am reaktor werden müssen wir jetzt wieder vorlaufende wenn was brauchen wir kraften das können wir hier mit diesem wireless kraft in krit umgehen dafür brauchen wir wieder einen kraft in krit gleicher prozess wie gerade eben das war mir schnell wir sehen ich kann jetzt hier ja dass sie nicht vorhanden haben wenn ich drauf geklickt habe ich kann jetzt hingehen steuerung links klick machen dann geht es crafting preview auf und ich kann auch einfach auf stoppen muss jedes rezept zwar bestätigen aber er braucht mir das dann schon mal das habe ich jetzt hier mit der kraft in tabel mit der steuerung links klick sind wir da ausführen habe ihn so bauen wir das weil das kraft in krit und da bevor ich das baum ist jetzt mal schauen es gibt nämlich alles gab nicht auch noch andere mods es gibt noch dieses super weil es kraft in krit daran gucken da noch einen anderen prozessor das meter reit ist könnte ich sogar vielleicht auch machen also haben wir erst mal dieses kriterium habe ich dann brauchen wir ein ein transmitter wenn wir schauen ob es hier auch einen anderen mod dafür gibt sieht nicht so aus aber gucken kann man das lehrt wie bohr genau hier atribon advanced wireless transmitter kann ich auf jeden fall wieder normal genau habe ich so hier brauche ich dafür bei mal ross prozesse dafür brauche ich nicht allein das ist mit weit scrap und gold mit weit scrap hier bekommt durch ja ist es es ist ja teuer wenn man es damit wenn wir das zuerst crashen so viel ich noch weiß genau crashen ist erst zu drei machen hier rein was habe ich das eine stack drei gemacht und wenn ich jetzt diese den rutschen zu dann kriege ich genauso das club raus ich habe nicht so viel braucht nämlich erstmal das raus und kann weiter machen wollen brauchen nicht daran denken jetzt das ist vier scrap plus vier gold zwei stück reich das mal zweimal ok wir haben kein redstone immer drin können wir jetzt auch alles mitnehmen endeffekt hier wir haben das blieb platz wir haben einbauen dann kommt mich davon irgendwann kann ein rezept brauchen weil wir können nur zwei sachen damit kraft dazu brauchen ja nur zwei stücken sind also brauchen und lohnt sich nicht ins autografen einzunehmen er ist ja nicht aufpassen sollen wir brauchen wir nur ein wireless crit kein crafting crit also dürfen das ganze prozedere noch mal bauen also dann machen wir das mal es gibt noch verschiedene farben ist eigentlich gerade solch ok wir haben kein kloster mehr kloster einfach schnell hier machen jetzt rausbekommen das brauchen wir ein neues crit zack 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 genau jetzt brauchen wir das wireless crit aus diesem wireless crit können wir dann das wireless crit bauen das wegpacken mit dem wireless von twitter nehmen und daraus sind super advanced weil es uns wieder bauen das geben wir hin haben wir einfach oben drauf eine base range von 1000 blöcke es gibt hier auch noch einen infinity upgrade wie ich gesehen habe das infinity range boost wenn ich das baum dann geht es unendlich weit dafür brauchen wir netter star und so weit sind wir noch nicht dann gibt es noch einen der menschen upgrade wenn ich jetzt eine andere dimension gehen möchte zum beispiel netter end oder wenn ich immer es gibt kleine kompakte dimensionen wo dann dementsprechend großes wo du ein zeug bauen kannst dass du es oder hier draußen im endeffekt nur so ein blog großes ist dafür gedacht das müssen wir noch mit dem kraften können und beides mit schrift rechtsklick aufmachen dass der gelingt ist und wir müssen das natürlich noch aufladen und es ist voll kann ich hingehen erstellt auf kraft die maut kann man ändern und zwar die meins auf sich das super eingeben tun mit super super es steuerung geht zum beispiel ob bei das glücklich dann auf meine maus durch ohne steuerung tasten so so und kann gucken was button fünfer das soll ich das rausnehmen und das normale ausnehmen aber das mache ich auch auf steuerung hier oder beziehungsweise ich mache es hier auf kaste 2 keep it so ich hingehen modus fluid monitor oder crafting jetzt habe ich hier das crafting für drinnen es bräuchte ich zum beispiel hier nicht mehr hingehen wenn ich etwas kraften will das kann ich auch hier in einem slot reinpacken und kann es damit in meiner maus eigentlich öffnen wenn es geht super war das grütt button fünf ich kann es eigentlich auch was wir hier machen das war das falsche ich bin hier eingehen ich bin hier auf das hier genau jetzt ja und so habe ich jetzt einfacher wenn ich irgendwo bin aber ich bin hier hinten einfach das ding aufmachen und kraften ja das haben wir uns das grundsystem zusammengebaut hier und leider ist die folge für heute zeitlich auch schon vorbei wir werden uns im nächsten mal anschauen wie wir anfangen können im endeffekt den zweiten kristall zu automatisieren jetzt wo das auto kraft mehr haben mit mehr platz haben und strom haben können jetzt auch das das angehen ja das war's für heute wir sehen uns beim nächsten mal habt noch einen schönen tag ciao 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 Vielen Dank.